hallo und herzlich willkommen zu der neuen folge so jetzt ist schon wieder fast eine woche vergangen seit wir das letzte mal gespielt haben und ich weiß nicht mehr wo wir stehen was wir vor hatten oder sonst irgendwas so da unten war noch ein baum den wollte ich noch mitnehmen naja zwei drei haben wir hier schon alles abgetaucht ich glaube schon oder ich glaube ja und wir wollten da glaube ich dann jetzt einfach wieder ankers setzen ich glaube er segel setzen nachher der gute alte so ich lichte mal den anker wo es wenn ich den finden würde achten wollten wir nicht irgendwie anker werfen wieso bin ich da jetzt halt stopp wieso bin ich da jetzt reingefallen ins wasser da ist noch lol das netz kaputt und wann ist denn das passiert ich bin gerade so gelaufen ja gut ja dann braucht man diese scheiße klipper scheiße dann gut ein hätte ich also ja wo ist das klipperzeug habe ich da nicht ach ich stelle gerade was her ah genau das habe ich eh geplant gehabt wahrscheinlich naja ich habe hunger habe ich irgendwas zu essen da ha nein aber wir hatten nicht ruhe ne wo essen drin war hoffentlich ist auch was drin und dann trinke ich wieder was jetzt spielen wieder raft und sind wieder nur am futtern und trinken ja ich bin grad voll verbrauch ich wieder ein bisschen zeit ist wieder ranzukommen ich irgendwie auch das ist irgendwie ich bin grad überfordert ja weil wir jetzt auch noch so viel so faris gespielt haben zurzeit haben wir jetzt ach wir haben segel drin deswegen kommen wir nicht weg ich habe gewundert jetzt so ja wir waren jetzt ein bisschen am kochen und sowas ich glaube wir wollen hier keine du warst relativ am essen machen die ganze zeit ich habe hier haufenweise ich wollte so klipperzeug herstellen haben wir jetzt nichts mehr da ich finde wir jetzt auch klipperzeug herstellen haben wir keine algen mehr oder was ach so doch 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 ich habe hier welche genau zang da war ich ja gerade dabei sorry ah ja genau so aber klipperzeug müssen wir nicht hä ich tue das jetzt mal hier rein klipperzeug aber cool cool also oben habe ich stein wir wollten glaube ich was wir wirklich machen wollten ist unser ganz fluss komplett mal erweiter also nur eine leere fläche und da anfangen zu bauen mit riesengarten glaube ich war das hallo fängt der schon wieder an hau ab hau ab hau ab hau ab man jetzt den kack wieder reparieren echt na 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 da na 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 no na na Muss ich jetzt ehrlich sagen, für was brauchen wir jetzt an den Bogen? Wir haben... Wir haben überhaupt keine Blätter mehr, oder? Das ist ein Kack. Das ist gar keine mehr. Nö. Wir müssen mal wieder bis... Alter, sind wir grad so schnell? Ah, bleib weg! Huah. Ähm. Auch nicht in der Küste da hinten. Äh, da ist ja was. Jaja, da fahr ich ja grad hin, da hab ich ja grad... Ach, hab ich nicht so richtig mitbekommen, sorry. Tatsache, gar keine Blätter mehr, krasser Shit. Irgendwie, als wär uns irgendwas verloren gegangen. Ja, weil wir jetzt so viele Netze, glaub ich, hergestellt haben, irgendwie. Äh, oder Seile, besser gesagt. Eigentlich krass, dass man hier draußen Radioempfang hat. Stimmt eigentlich, ne? Könnt man irgendwie auch nach Hilfe oder so rufen. Eigentlich schon, ja. Ja gut, aber vielleicht ist auch nur eine Kassette drin. Ist ja ein Kassettenspieler auch. Hm, gut. Aber dann wär's unlogisch, dass er die Antenne immer nach oben macht. Machst du's? Ja. Dann hole ich den ein und dann fahren wir da aus drückt weiter. So. Dann tue ich da nochmal das Zeug daraus. Dann tue ich den da wieder platzieren. Und... Hey, was machst du damit? Wie das ausschaut, wie du einfach dein Gesicht in die Malone guckst. Bähähähähäh. Kopflos. Hat die da was geklaut? Oh Mann. Oder hast du da nix nachgesetzt? Ne, ne, die hab ich da... Ich hab noch nichts nachgesetzt. Und da unten? Auch noch nicht. Ne, im... Ich weiß nicht, der Schuh... Na komm, ne. Ist eigentlich voll für den Arsch, der Schuh. Aber wie gesagt, ich wür... Nein, bleib da. Fass. Auf alle Fälle brauchen wir jetzt viel mehr Holz. Hallo. Da ist Holz. Ganz schön wenig in unseren Netzen drin, leider gerade. Ja, eigentlich... Was... Ich bin gerade voll planlos irgendwie. Ich glaub, wir wollten... Ich auch. Ah, scheiße. Wir wollten eigentlich unser Fluss erweitern. Ja, das war das Wichtigste. So, ich tue erst mal das Loch stopfen. Wollte es ja. Ja. Toll. Zack. Ich konnte genau eins bauen, weil ich kein Holz hab. Du musstest doch auch mal so Holz haben, oder? Weil du ja hier die Bäume fällst. Wie blöd. Jein. Zack. So, Loch ist gestopft. Uhe. Komm her, Fassi. Also ich brauche jetzt Unmengen an Holz eigentlich. Also... Weil ich einfach nur eine riesen Fläche bauen will. Das ist mein Ziel gerade. Ja. Damit wir mal wirklich... Damit wir uns mal ausbreiten können ein bisschen. Und vielleicht mal ordentlich anfangen können zu bauen, was ordentlich ist für so... So ist es so... Mal irgendwie... mehr von... Oder hinten wäre eine Insel? So weit dahin? Ja, komm. Ich lenke schnell hin. Na, 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 na... Haa, ich komm mich hoch. Na, ich komm mich hoch. Hey, na! Ah! Nein! Äh, Scheiße! Was? Nein! Na, Scheißt. Na, Scheiße. Ich hab kein Speer mehr, ist mir grad aufgefallen. Hatte wir uns gescheiten worden. Ich hab auch kein Seil mehr... Ich verstehe nicht. Ich dachte, ich hatte mir das Gefühl, wir haben gut beendet und hatten viel und konnten anfangen zu bauen. Aber irgendwie sind wir wieder nur zusammengefühlen. Ah Gott! Zack! Ich fühl doch mal gar nicht, ey. Die kann man ja wollen, die scheiß Vögel. Gut. Hey mit was? Mit einem Speer? Nee, ich hab doch mal so oft drauf gehauen. Oder hast du den Spiel angehettet? Also ich hab den wieder gewonnen, hättet diesen Vogel. Nee, hab ich nicht. Vielleicht hab ich da nicht gescheit getroffen, ich weiß nicht. Mann, warum ist da jetzt ein Loch? Was für eine Scheiße. Ja, weil dann Hai angegriffen hab. Eventuell? Nicht sicher, nicht sicher. Just saying. Ah, da kunst... Nee, halt Kunststoff brauch ich ja zum Bauen jetzt. Achso, ja, Kunststoff brauch ich auch. Da hau ich mir mal was hin. Das da und das da. Aber das Nägel brauch ich erstmal nicht. Holz brauch ich auch nicht. Ja. Oh, der sieht schon besser aus. Diese Fläche, die gefällt mir grad ein bisschen. Ja. Sieht jetzt aber nicht nach einer großen Insel aus, ehrlich gesagt. Leider. Ja, gut, passt auch. Wollen wir eh erstmal bauen. Ja, hab ich so... Abgelenkt. Ja, mir geht's auch mit den, äh, 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 bäumen oder so, dass da leider nix, nicht viel ist. Ich hab gehofft, vielleicht mal irgendjemand mit viele Bäume, da kann man ja richtig fällen. So, hast du Bock auf Chick Nuggets? Oh ja, geil. Die sind einfach auf den Grill. Oder, naja gut, Chick Nuggets. Sind leider noch nicht planiert. Kommt noch. Später irgendwann rum. Ich muss mal, äh, das Ruder ein bisschen rumweisen, weil wir fangen grad grad ein bisschen an an der Insel vorbei. Ich versteh zwar nicht warum, aber... Gut, also ich bau dann auch einfach mal hier bisschen weiter. Ja, ja. Mach, mach, mach. Moment. Oh, kein Holz mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich sollte noch mal... Ja, gefühlt irgendwie. Krass. Das ist schon hart, ne? Du kommst da nicht weiter. Kein... Kein Holz mehr. Keine Blätter mehr. Äh. Alles Kacke. Oder sind's Wasser? Ja, ich komm nicht hin. So. Soll wir da schnell lenken. Ja. Lenk mal kurz. Das sitzt ein Vogel im Nest. feder aufnehmen fast oder was kannst du wieder richtung perfekt ein holz fehlt noch die zerstört mich endlich aber hier liegt perfekt so was machen wir mit dieser fläche was wollten wir da machen glaubt man riesen was du so ein händelschläge und relativ viel hast jetzt alle gegessen ich dachte du wollen die machen kann man das wir waren wegwerfen also hier liegt so noch eins drauf ja guck hier in diesem karton der kraft ein recycelbarer karton der kraft bringt nicht wenig aber auch nicht viel naja aber ich sag mal im vergleich ist relativ leicht so ein scheiß vogel zu erwischen man kriegt auch so eine steam errungenschaft ja ich weiß deswegen wollte ich dir mal killen aber eigentlich hauptsächlich geschehen so stehe ich da mit meinem speer hätte 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 gott ich brauche holz verkackte ich das holz ey das ist übel er vor allem jetzt haben wir gerade gar nichts mehr ja wir können auch nichts an dieser wellengang naja dann eigentlich einfach nur deswegen was produktives macht sie könnten jetzt auch sagen wir jetzt da wo wir diese fette fläche machen dass wir das so eine art unterkunft oder so ein häuschen da nein so wo war ich stehen geblieben da kauf ist es bringt was mehrere segel zu haben dass man wieder schneller ist ich weiß es nicht es kann schon sein aber müsste man ausprobieren sehr interessant wie die physik in diesem spiel klappt oder funktioniert wenn man da so verschiedene segel über hin baut in diesem trailer mehr ist das was dampf generatoren ja genau die die weiß ich auch noch das wäre interessant vor allem wie viel kommen wir gerade gar nicht richtung insel mal eigentlich bolzen herstellen ach so du brauchst du nur metallbarn alles klar mach halt einfach steinpfeiler die sind einiges leichter zu kosten vor allem metall würde ich jetzt vielleicht nicht für die pfeile hernehmen also für welche pfeile ach so ich dachte du hast vielleicht armbrustbolzen gemeint blöcke sagt und war nicht die bolzen ich meine normale bolzen die schrauben bolzen dinge ja ja okay ich überlege bei dreck hatten wir ja noch gar nicht ne ich überlege durch eine schaufel mach ach so ja fehlt sechs mal holz oh man muss eigentlich überall holz ne ja metall angel könnte ich wirklich mit angeln ich kann mir nicht nur ein speer machen ich kann mir gar nichts machen was brauche ich einen scheiß pinsel leite platine sind wir jetzt eigentlich mal da oder hä wir entfernen uns doch ich sehe grad die insel gar nicht mehr grad hä lol wo ist die insel hin da wieso hä wieso hat sich das ding gedreht das dauert grad ewig zu dieser insel zu fahren ich überleg grad ob ich bisschen rudern soll aber es bringt irgendwie nicht zu finden vor allem auf die entfernung jetzt ne auf die entfernung nicht warum hat das jetzt so lang warum hat sich das geändert da ist jetzt die insel oh mein oh oh mein oh ich hab mich extra ausgestattet und gefuttert weißt du damit ich hier mal auf die insel lang kann oh nein ich entleere mich jetzt schnell bitte diskret ähm das kommt hierher weil wenn wir auf die insel gehen will ich eigentlich relativ leer sein damit ich viel sammeln kann die ganzen ärzte gut die ist eigentlich relevant die kann ich eigentlich dass irgendwie kommen wir nicht richtung insel immer noch nicht ich habe es wieder aus den augen von irgendwie irgendwie kommen wir da nicht hin welche richtung ich habe sie doch gerade eben noch dass das ist der mond und nun vielleicht ist es einfach nur dunkler weil wir weiter weg sind weiß du es ist jetzt ist es aber wir kommen trotzdem komme ich näher ganz komisch so nicht die will uns echt die die insel bildung sich am ende ist gar nichts drauf auf dem shit sehe ich schon das lustige ist irgendwie wenn ich direkt drauf schaue sehe ich sie nicht wenn ich sie nach rechts dann 60 mehr aus den augen das ist mir auch schon aufgefallen ich würde jetzt sind doch noch holz noch nicht hergestellt ach den können wir auch nicht mehr anzünden weil wir kein holz mehr da lobe ich mir für voraus da geht man kurz aus der siedlung raus und zack hast du vor dem 200 drei leder hei aber auch nicht mehr operieren ja wenn wir jetzt nicht gleich noch ein bisschen näher kommen dann brechen das was lab ehrlich man muss jetzt etwas special artiges ja wir haben ja voller zugegen bin deswegen ja lass mal die insel einfach oder wollen wir ihn rudern ich habe kein ruder mehr ja ok jetzt habe ich die einmal erwischt ist aber nicht verrekt ok genau so geht es mir immer jedes mal alles ich weiß gar nicht was ich machen soll ich weiß gar nicht weil man kann nichts machen was braucht man denn theoretisch es geht doch wieder weiter weg oder nee komm die lassen wir jetzt das ist ich fühle mich gerade echt gemobbt wir kommen nicht näher der paddel der wird niemals reichen bis wir dort sind wir haben auch keine blanken und so aus es geht nicht wenn wir nicht an die insel kümmern das ist doch scheiße so ein blödsinn jetzt habe ich ein bisschen an holzer gehofft aber ich glaube in der zeit wo man versucht hätten wir tausend mal mehr holz in unserer route ich glaube wir standen und unten stehen an ort und stelle haben uns nicht bewegt ja yeah 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 ich dachte gern schon zu planen weißt du wie besser vor ist so da machen das und so also so blaupausen aber naja ok ja das stimmt das hat seine vor und nachteile dieses blaupausen ding ne eigentlich nur vorteile das haben wir ja welche nachteile ne ist eigentlich bei anu eigentlich auch so diese blaupausen das ist eigentlich ganz geil das man so planen kann und so ne finde ich eigentlich sehr gut die systeme blaupausen so ich bin eigentlich echt du kannst du spielen blick nur darin zu essen und zu saufen essen saufen essen saufen essen saufen ne ich nehme ich nicht endlich sind wir wieder hier ne 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 okay ne ne ich sag mal viel nutzt pflanzen warum nicht wir könnten uns erweitern also immer größer werden ja da kommen doch ähnlich hinterher das reicht doch vollkommen wenn man da kritisch 36 plätze hat also was haben wir dann weil funktional können wir ja aktuell nicht so kraftwerke das kann man nicht von einer batterie können wir schon bauen doch ja wenn wir es solche ich schau mal so ich komme ins inventar so also tisch schild irgendwas irgendwas müssen wir doch um weiter zu kommen oder ein empfänger und antenner vielleicht können wir irgendwie so inseln finden ja damit kann man so eine schaufel will ich jetzt mal moment einmal batterie kunst kupfer bahren das haben wir doch schon ja eine batterie kann man schon machen obwohl so brauchen wir die batterie die antwortfrage ein angriff glaube ich noch und also dort ich habe mir meine batterie schon erforscht ja ja bauen könnte ich sie also die steht schon drin nee aber erforscht nicht wie denn wir hatten ja nie eine wie kann man die erforschen dann gut dann baue ich jetzt mal eine aber wir haben auch kein darin hast du kupfer waren raus genommen ja und dann erforschen und das brauchen wir denn explosives pulver bräuchten was nächstes schmutz für die wiese da war gerade ein da ist gerade ein fasst durch eine heilsalbe rucksack leder und wollen wir bräuchten aber andere tiere ja noch einmal so eine große insel zu finden aber ja ne also wir haben eigentlich schon fast so verdurft gott eigentlich wenn man diesen forschungstisch anschaut haben wir eigentlich schon alles wichtige erforscht wie schaut irgendwie schaufel aus die schaufel kann ich nicht erforschen ein schmutz ja gut schmutz könnte ich beim nächsten insel holen wolle leder wollen wir haben auch so nervig ja wir haben gut gewährt stimmt das wie nur noch schmutz exklusives pulver ist eigentlich wäre es vielleicht mal klug wenn wir antenne und empfänger und so ein zeug bauen irgendwie wenn batterie hast du jetzt leiterplatte was brauchen wir da brauchen auch wieder ein kupfer aber fuk haben wir noch ein also wir brauchen kupfer ja gut kupfer haben kann man vielleicht noch einschmelzen kupfer ich dachte wir hatten das so viel könnten das überhaupt übrigens mal weil ich glaube man braucht eventuell den empfänger für diese großen ins könnte ich mir vorstellen kupfer sieben mal können wir noch einschmelzen also wir haben ja ja momentan schmilzt aber noch das andere also holz bleibt da wir brauchen mich ich schaue mir an der seite weil nach vorne ist eigentlich da sind los weil unser boot alles abfängt kann ich auch mal wieder was essen wie schaut es mit dem essen aus hast du gut gefüllt aber ein bisschen ist noch da ja ich hau da mal materialien rein das ist so richtig vorankommst in dem spiel nicht also für extrem viel zeit im spiel aber nur weil du eigentlich nicht vorankommst eigentlich ist der einzige grund warum du zu viel zeit im spiel investiert eigentlich die ganze zeit nur am sammeln 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 bist damit du mal irgendwas bauen kannst du kannst aber nicht viel bauen das ist halt das war mal auf dem floß begrenzt ist es gibt schon da keine insel zum erkunden oder halt einfach ja ich erweitere mal unser schiffchen ja denke daran dass wir vielleicht das ganze holz ein bisschen benötigen nein so das ist ja vorne ich dachte das ist seite sorry ich treffe den nie warum nicht bei mir geht der sperr durch ihn durch verstehe ich nicht nervt mich aber insel gar nichts in der nähe na ja genau laft grad nicht so wie ich wie er wünscht ja ich habe jetzt hier was hat reichs ich schmeiß gerne mal kupfer rein halt ne ich brauche leiterplatte brauche ich da jetzt leiterplatte 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 da zock bleib weg toll das ist mein sperr gerade kaputt gegangen und meine angelano oh gott nicht gut hast du noch ein bolzen ein bolzen ja lustigerweise wirklich perfekt sonst habe ich nicht genug kunststoff ich überlege gerade jetzt pass auf ach wir wollten bäume anpflanzen glaube ich das könnte man einmal machen ja bäume wollten wir anpflanzen sehr praktisch für ein holz ja wie viel holz kriegt man da eigentlich immer nicht so viel vier fünf planken ich brauche noch schrott und seil brauche ich noch schrott und seil ist dahinten hä hast du das seil rausgenommen mal ja wohl ja gut ganz vorhin mal brauchst du warte kommt drauf an ne passt cool also ich dann auf dich jetzt mal den empfänger jo ah ne insel ich bräuchte dann noch den bolzen von dir also ich mag jetzt mal auf die insel steuern weil wir brauchen unbedingt gerade eine insel ja so den empfänger haue ich hier oben oder sorry ah gut eventuell doch nicht hier oben ja dann hauen dort wo platz ist wir können erstmal alles über den klatschen und irgendwann mal anders ein bisschen sortieren wenn die an so ein zweites stocke kam und ein haus und so batterie benötigt ach neun da muss noch einmal eine batterie hast du nicht eine batterie nummer wechseln naja die habe ich ja scheiß vor Ort das scheint nach einer sehr kleinen insel mhm ach gottchen bolzen bolzen ja so wort und kupfer noch ein schmolzen dann kann ich noch die abkennende da hinpflanzen hier hast du den bolzen da ist doch einer wo ist denn weg ist weg ja ist weg habe ich dafür eingebracht ne da bin ich keine gebraucht doch da habe ich aber ich habe einen bolzen gebraucht sorry den hatte ich mal gebraucht aber bolzen jetzt zu stellen ist doch nicht so schwer oder Eisenbahn braucht man ja es sind doch zwei hier drin ja hätte sein können dass da ne 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 stell her wo ist jetzt die insel hin ach doch ja doch alter sag ich vor uns wo ist denn sie hin ja fand ich jetzt ein bisschen komisch dann entleer ich mich mal wieder hey ach fuck daneben gehauen ähm wir fahren vorbei wir fahren vorbei oder unten im wasser ist schon viel ton und so das ist mal kurz hauen anker rein oder was Anker rein haben ja bitte also unbedingt hab schon gesagt so gut dann so gut dann hallo ich sehe was hallo nein hier ist nichts ok das ist ein stein oder ja stein brauche ich brauche kein stein ton kupfer 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 ja das ist ja gut kupfer metallerz steine wieder ja stein brauche ich nicht was braucht man eigentlich stein stein zum beispiel ton oder für den anker für den anfang schrott ja kupfer sehr schön was ist das jetzt wird knapp sauerstoff aua war auf was auf der insel irgendwas besonderes gar nichts ich habe zwei bäume gefällt und das war das spannendste alles klar ok ja vielleicht bissl ton und sowas mit halte ich ja dieser high nervt mich so gehe ich halt wieder auf die andere seite das hast du davon du scheiß vor das kann nein hast du gerade den vogel gekillt ja und der high greift an aber ich habe gerade eine errungenschaft bekommen was die keine ahnung wollen naja pass ey der heidegg ist auf dem senkel echt ich muss jetzt mal kurz weil ich habe kein leben mehr ich kann nicht mehr tauchen ist zu riskant der mich ordentlich gedamaged jetzt fünfmal oder so erwischt der mich echt nicht in ruhe gelassen gerade auch gottchen schaut mit schmelzen aus aber ich hätte gerne noch das ist jetzt ehrlich wie kriegt man leben eher gar nicht ne essen du glaubst kriegt man da leben ich glaube nicht oder kriegt man da leben doch schon ja 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 die ganze insel gut ist es mal gut nevermind ich verstehe es nicht ich habe nie irgendwo schmutz gesehen ich kann hier kein schmutz doch auf der insel wurde mein schiff aber das vorstum auch schon kommt schmutz gerade schmutz überall ja das ist ein bisschen aber schmutz ist ja nicht unter dem wasser wahrscheinlich nicht doch jetzt schon dass das was wie match ist oder sowas das war ja wie gesagt auf diese eine insel da wo auch die schiffe und es war ja da die erde eigentlich glück sagt es hilft jetzt viel weiter blume blume ja hier ist nichts weiter unter uns ist ja aber ich kann nicht mehr obwohl jetzt kann ich auch wieder tauchen ganz gerne noch mal tauchen ich schmelze wieder kupfer oh ist das die antenne oder wie jetzt croften wir alles und schmeißen klatschen einfach alles irgendwo hin ohne ja jetzt habe ich schon vier oder fünf vögel gekillt ich habe noch nicht einen einzigen erwischt kriegt die nie so und jetzt jetzt müssen wir ja noch mal die batterie ich muss mir jetzt noch mal sperr weil ich brauche ein seil mit metallbahn und bolzen batterie schrott schrott haben wir irgendwann dann erst mal ein bolzen dann ein schall erfordert mehr höhe neue notize hinzugefügt was was für höhe wenn dann erfährt erfordert mehr höhe muss ich das noch einschmelzen und checken kann man sich halt ein und da steht erfordert ach so ja wahrscheinlich muss man das irgendwie höher bauen ach so ich verstehe ok metallbahn na gut dann muss ich da ein bisschen mehr schmelzen das nimm mal weg das nimm mal weg dann metallerz blanke blanke da müssen wir da was hoch bauen oder hilft nichts so ein turm oder so ich will da mal gleich höher bauen ja warte ich mag mal ausprobieren soll also dieser erhöhte boden das ist ja schon mal nicht wahrscheinlich treikige holz und wenn man diese holz säulen baut kann man da oben wahrscheinlich dann zum boden drauf legen warum ist es eigentlich immer rot warum kann ich das nicht machen ach so bei mir nägel ich habe noch keine waffe ich habe noch keine waffe ach erst du bist schön dabei ist schon mal gut gleich künft spiel und dann fundament rüste ach wir könnten doch mal hier unsere boot verstärkungs in der richtung hier habe ich jetzt noch schlecht erst machen wir mal unsere gewünschte größe haben weil er greift immer die äußeren dinge an vor allem da braucht man eisenbahnen sind noch bei der insel so du wolltest aber noch ein bisschen zeug holen deswegen jetzt habe ich wieder kein holz ich hatte so viel holz was frisst mir das ganze holz die ganze zeit weg ich verstehe das nicht von nochmals kein verständnis mit herz gern geschehen er war das ja alles aber hier ist noch ein bisschen ton muss er kommen steigt auch kein menschen gerade schenkel gerade schenkel aufnach weil er der hei jetzt tot ist es könnte muss eigentlich ausnutzen ja stimmt dann taue ich hier gleich mal ein bisserl weiter weg schau ich noch mal was findet ah hier ist kupfer wie tief kann man da eigentlich tauchen findet man in der tiefe irgendwas anders eher nicht oder ich habe keine ahnung oh die aufnahme so viele gigabyte du nein komm schnell aufs los wir müssen unbedingt pennen hier versteht das wahrscheinlich nicht was wir meinen aber die aufnahmen von raft sind einfach gigantisch groß komischerweise obwohl das eigentlich so ein grafik technischer jetzt nicht so anspruchsvoll ist eigentlich und auch von umgebung her eigentlich nur was bist du endlich da aber ich bin ja das ist gerade kauf die 30 sekunden kommt gerade an weil hier finde ich halt gerade echt viel ich komme gleich ich komme ja alles ja so ich glaube jetzt habe ich hier eigentlich das wichtigste abgekroßt da komme ich jetzt los floss flossi floss so jetzt kann ich ihm hey wie ist es mein hammer da drin gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen und man zickt sich hoffentlich in der nächste folge von raft wieder und nächste folge finden wir dann hoffentlich eine größere rinsel wenn die ja hoffentlich ja hoffentlich ja hoffentlich gut also dann tschüss